Milliarden Euro an Steuergeldern für Bau, anschließendem Abriss und Neubau von Anlagen zur Gewinnung von Strom. Im Jahre 2015 wurde im Hamburger Süden das Kohlekraftwerk Moorburg durch Wattenfall in Betrieb genommen. Es galt zu seiner Zeit als eine der größten Stromproduzenten in Deutschland und produzierte im Jahr mehrere Terrawattstunden Strom. Im Jahr 2020 nahm Wattenfall an einem Ausschreibungsverfahren zur Reduzierung der Verstromung von Steinkohleanlagen teil und erhielt den Zuschlag, bereits Ende 2020 nach nur sechs Jahren Betrieb wurde das Kraftwerk vom Netz genommen und nur für Reservezwecke genutzt. Ein halbes Jahr später wurde der Betrieb dann vollständig eingestellt. Alleine für den Bau wurden in den vorherigen Jahren über drei Milliarden Euro investiert. Nun wird es seit 2023 nach und nach zurückgebaut. Hierfür erfolgte am heutigen Sonntag die Sprengung des Doppelschornsteins. Auch für den Rückbau und Abriss sollen Kosten in Höhe von mehreren Millionen Euro Steuergeldern investiert worden sein. Anstelle des alten Kohlekraftwerks soll auf dem Gelände nun eine Anlage zur Produktion von grünem Wasserstoff errichtet werden. Auch für den Bau dieser Anlage, welcher bis 2027 andauern soll, werden Milliarden an Euros investiert.